Stadtleben mit Hund – 5 Experten-Tipps für ein glückliches Zusammenleben Das Stadtleben kann für Hunde und ihre Besitzer eine wunderbare Erfahrung sein, wenn man sich gut darauf vorbereitet. Hier sind 5 wertvolle Tipps, die dir helfen werden, das Leben mit deinem vierbeinigen Freund in der Stadt optimal zu gestalten. Gute Leinenführung ist entscheidend, eine zuverlässige Leinenführung ist in der Stadt unerlässlich. Achte darauf, dass dein Hund an der Leine bleibt und trainiere ihn, auf deinen Gehorsam zu hören. Insbesondere in belebten Gegenden. Regelmäßige Bewegung und Abwechslung bieten, Stadthunde brauchen viel Bewegung. Plane regelmäßige Spaziergänge im Park, aber auch geistige Herausforderungen wie Suchspiele oder Intelligenzspielzeug, um deinem Hund die benötigte geistige Stimulation zu bieten. Sozialisation ist unerlässlich, Stadthunde kommen mit vielen unterschiedlichen Menschen, Hunden und Umweltsituationen in Kontakt. Sorge dafür, dass dein Hund gut sozialisiert ist, damit er sich sicher und entspannt in der Stadt bewegen kann. Rücksicht auf andere nehmen, in der Stadt teilst du den Raum mit vielen anderen. Halte deinen Hund immer an der Leine und Räume hinter ihm auf. Respektiere die Bedürfnisse und Ängste anderer Stadtbewohner in Bezug auf Hunde. Sicherheit hat oberste Priorität, achte darauf, dass dein Hund gut trainiert ist, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Halte ihn von stark befahrenen Straßen fern und sorge dafür, dass er sich nicht in Gefahr begibt. Folge uns für deine tägliche Dosen an Hunderglück. Liken und Teilen nicht vergessen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.